Na los! Los! Führ dich nicht! Komm rein, Baby! Na! Hui! Okay, der ist gar nicht schlecht gelandet. Jetzt muss nur noch einer anbeißen. Komm schon! Hatte ich übrigens überhaupt acht Fische, oder waren es erst sechs? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin völlig verwirrt. Ich stehe total neben mir. Na los! Komm! Weiß an! Ich hab heute echt keine Geduld für euch! Komm, wenigstens einer! Mann! Anna, probier es jetzt noch. Komm, der ist super gelandet. Der hängt voll an dem Setzling. Jetzt ist auch die Sonne wieder da. Ich will jetzt eigentlich gucken, ob die Monster da weg sind. Fackeln setzen und dann will ich plüms! Ein Baum! Ein Baum! Gut, dass ich da nicht gestanden habe. Ne, hab ich heute keine Geduld für. Ne, 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 ne. Ich hole jetzt mal hier den den Setzling. So. Das wird auch alles eingesammelt. Können wir ja alles verfeuern. Okay, dann machen wir das auf jeden Fall hier in die Kiste. Das Zeug. So, das da. Der Fisch. Ja, toll. Ich brauch echt noch... Ach ja, das waren diese doofen Kugelfische. Die haben meine Rechnung... haben die durcheinander gemacht. Eiche bleibt hier. Oh, die Angel. Die kommt jetzt mal hier oben erst mal rein. Die Steine. Ich bin, ich bin gerade total durcheinander. Die Kohle muss raus. Das ist nicht so schlimm, wenn es verloren geht. Eine Axt lasse ich hier. Ne, ich lasse beide Äxte hier. Und das Holz lasse ich auch hier. Ich habe kein Schwert, aber das ist mir jetzt eigentlich auch gerade egal. Ich will mir jetzt mal irgendwie... Obwohl so ganz ohne Schwert da jetzt... Aber ich hatte da in der Truhe hatte ich ja noch Schwerter. Ne, ne? Sag mal einer ja. Ich gehe mal hier oben durch. Das Portal. Die Monster... Ach so, ich wollte eigentlich das Licht. Ach, ist auch egal. Jetzt bin ich hier. Ja, es tut mir leid. Ich bin total durcheinander jetzt. Bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen hier. Aha. Okay. Wir sind hier. Da ist der scheiß Magmaschleim immer noch. Ja, lecko mio della popo. Ich nehme mal das Goldschwert mit. Das nehme ich mit. Muss ich natürlich... Das ist ja mein Problem. Aufpassen, dass ich nicht wieder hier... Oh, hier liegt noch alles rum, ey. Ja, schönen Dank auch übrigens. Ja, hallöchen. Ja, komm her, du. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht die Zombies wieder treffe. Das war ja dann eben mein Tod, ne? Zombies getroffen. Oh, plöpp. Habt ihr gesehen? Die porten sich alle weg. Oh, okay. So, wie mache ich denn das jetzt hier mal? Ich bräuchte... Überlegt, ich werde das dann doch nicht abbauen. Wenn wir hier rauskommen, dann werde ich mir einen Bereich schaffen, als Beispiel. Ich mache das jetzt mal mit denen hier, mit diesen Steinen. Das ersetzen wir dann durch Steinmauern. So, dann komme ich hier raus. Hinter mir. Jetzt ist die Frage, wo die dann überall noch spawnen. Die stehen äußerst ungünstig hier, ne? Hm. Ja, ich brauche auf jeden Fall Steinmauern. Aber wartet mal, ich habe vier Holz dabei. Ich habe vier Holz dabei. Das ist doch schon mal eine Ansage. Und hier ist auch noch was. Ich kann mir einfach mal eine Werkbank machen. Das ist doch schon mal eine Ansage, ne? Die packen wir mal hier hin. So, was habe ich hier noch? Sechs Steine. Und... Oh, oh, oh. Das ist gar nicht schlecht. Nehme ich mir... Das nehme ich mal mit. So. Jetzt wartet es mal ab. Ich mache mir mal ein Zauntor. Und noch eins. Ich habe hier jetzt keine Spitzhacke, ne? Das ist natürlich schade, aber okay. So. Zauntor. Doch, ich habe eine Spitzhacke. Das ist, äh, quite nice. Okay. Ich habe eine Spitzhacke hier. Kuckuckool. Ah, das ist bald kaputt. Das ist noch neu. Das ist noch... Äh, ja, ja, okay. Du kommst mal nach da vorne. Lass mich ja in Frieden, äh. So, jetzt muss ich mal scharf nachdenken. Ich möchte ganz gerne... Ich möchte auf jeden Fall hier... Weiß ich auch nicht. Du? Weißt du was? Und tschüss. So. Hier möchte ich ein Zauntor jetzt haben. Ähm, so. Dann komme ich nämlich von hier ran. Ich setze mal hier fackeln. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es jetzt einfach. Hier fackel. Da eine Fackel. Ja, ihr müsstet jetzt mal euch dann langsam hier verziehen, Freunde, ne? Und dann könnten wir doch... Ähm, ja. Das ist doch schon mal zwölf. Achtzehn... Ich mach mal dreißig. So. Darf ich mal hier durch? Danke. So, und dann bauen wir das hier mal ab. Die Frage ist, wie weit reicht denen ihre... ihre Agro-Range? Ich weiß es nicht. Ich mach mal hier. Damit ich ein bisschen... Ja, mein Freund. Geh halt weg. Damit ich ein bisschen Rückzugspunkt habe. Ich weiß nur nicht, ob das am Ende hier funktioniert, was ich hier grad tue. Ach. Ich hab Angst, dass ich einen treffe, ne? Ihr wisst, was dann folgt. Es wird ein Desaster. Ähm, kannst du mal... Geh mal weg, bitte. So. Ja, Mann. Geh doch weg. Jetzt hängt der mir da echt im Weg. Ach. So. Das kommt weg. Und dann muss ich die irgendwie hier raus... Na? So. Ich muss die irgendwie hier rauskriegen gleich. Aus meinem Bereich. Das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Ja, dann... Ja, jetzt kommt der hier nicht mehr raus. Hab ich... Ah. Hier zu? Komm. Ich möchte hier zu machen. Dankeschön. Kann das sein, dass hier dauernd irgendwie Dinger verschwinden? Oder träume ich das gerade nur? Ich hab das Gefühl, ich setze einen Block, dann geh ich irgendwo hin und wenn ich wieder hinkomme, ist der Block weg. Also, ne? Hä? Naja. So. Genau. Die sind nämlich jetzt schön da. Und die... Wie viel seid ihr denn? Er steht da oben drauf. Er hängt da fest. Hä? Hier war doch gerade noch einer. Wo ist denn der jetzt hin? Hier, Jungs, ihr verwirrt mich. Ihr verwirrt mich. Der ist da. Du musst da runter. So. Cool. Wollen wir mal gucken. Okay. Cool. Komm nicht an mich ran. So einigermaßen. Okay. Ich glaube, so könnte es jetzt gerade mal gehen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt unsere scheiß Golddinger hier. Und dann will ich hier nie wieder hin. Das ist ja super ätzend hier. Hoffentlich kommt jetzt nicht irgendwann einer von hinten. Durchs Netherportal. So. Fall um. Fall um. Fall um. So. Okay. Da steht noch einer. Da ist noch einer. So. Ihr macht jetzt einen Abflug hier. Und tschüss. Ähm. So. Okay. Haben wir hier schon mal... Haben wir hier schon mal ein bisschen Klarschiff jetzt gemacht. Okay. Das ist cool. Dann sammle ich das mal ein. Hier das Zeug. Aber das sind nur drei. Das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Mist, ey. Da hatte ich in der Truhe etwa noch irgendwas Goldenes. Was Güldenes? Nein. Nur das Schwert. Verdammte Axt aber auch. Äh. So. Ich werde jetzt einpacken. Das ganze Zeug. Schwerter lasse ich hier. Hattet mal. Bogen reicht mir hier eigentlich eine. Pfeile bleiben hier. Schwerter. 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 Kohle brauche ich hier nicht. Sacken lasse ich mal. So. Hier 15 Stück muss reichen. Was zu essen lasse ich hier. Axt brauche ich hier eigentlich nicht. Never. Mann ist das doof, ey. Ach guck mal. Da sind doch schon wieder welche gespawnt. Das ist schön. Da ist mein Bogen. Da ist mal ein Bogen. Wo sind meine Pfeile? Ach, die habe ich da hinten reingemacht. Ach Gott. Pfeile. Ich brauche ja eigentlich nur einen. Ich will die ja nur anschießen. Die in meine Nähe kommen. Obwohl jetzt ist er ja auch hier. Hallöchen. Cool, okay. So geht's. Dann brauche ich nicht alles umbauen. Ja, so. Ich will zurück, ne? Oder wie war das? Okay. Ich bin gespannt, was mich jetzt drüben erwartet. Wahrscheinlich werde ich gleich wieder sterben. Oh Mann. Alter Schawutzki. Huch. Ist nur gut, dass die mich nicht angegriffen haben. Dann mache ich mal diesen hin. Ähm. Weil. Wegen weil, ne? Einen Pfeil habe ich noch dabei. So, okay. Jungs, komm. Hehehe. Dann will ich die... Ah, nein, nein. Ihr sollt nicht runter... Ja, runterfallen ist auch. Dann fallt halt runter. Ich dachte, ich könnte hier noch ein bisschen was... Okay. Na gut. Äh, kein... Kein Gold. Schade, schade. Na ja. Aber, äh, Fackeln, ne? So, dann haben wir das nämlich auch gemacht. Okay. Hier noch eine hin, da noch eine hin. Hier drüben zwei, ja, okay. Na, komm her, du. Aber es reicht, glaube ich, noch nicht. Wir müssen mal... Ich muss mal gucken. Aber ich hätte das jetzt wirklich ganz gerne erledigt. Was ist denn hier unten los? Hier liegen Schneebälle. Okay, hier liegen Schneebälle. Aber wenn wir schon hier sind, dann mache ich das Goldschwert gerade mal kaputt. Was ist denn mein... Ist jetzt mein letzter Schneegolem dahin, ja? Hat sie ihn zerrissen oder wie? Okay. Whatever. Wollen wir hier mal gucken, ne? Wollen wir das Schwert kaputt? Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Spinnenfäden. Ja, so natürlich nicht. Spinnenfäden. Na, komm, komm schon her. Okay, da kommen auf jeden Fall ein paar... Aber ich finde, also ganz ehrlich, wenn da schon so ein Magmaschleim-Dingsbums droppt, äh, spawnt, dann hätte es auch wenigstens so ein Magmateil da droppen können. Ist ja nicht so, als könnte ich damit was anfangen, aber wenn, dann hätte ich es auch haben wollen. Einfach nur, damit ich es habe. Toll. Jetzt haben wir da echt so ein hässliches Ding, ey. Frechartig. Oh, hier. Hier liegt alles rum. Mein Gott. Da war schon wieder ein Bogen dabei, oder? Äh, egal. Ich dachte, ich hätte da gerade einen Bogen gesehen. Naja. So, kommt er hier. Ich muss meinen Frust an euch auslassen. Aikantina. Aikantina. So. Noch Spinnen hier irgendwie, die von oben runterkommen, wenn sie mich wittern. Nein. Anscheinend nicht. Schade. Äh, aber immerhin. Sieben Stück und ein bisschen Schnee. Super. Oh, meine ganzen Schneevohlemse sind kaputt. Ich habe schon überlegt, ob wir dann einfach nochmal zehn neue machen. Ich meine, ich hatte ja zehn und die stelle ich dann da oben. Da ist, da liegt auch gerade Schnee. Da könnte ich die hinstellen. Ich wollte gerade sagen, ist da noch ein Block im Himmel? Ne, ich habe Dreck auf dem Bildschirm. Okay. Äh, so. Dallee, dann wollen wir mal kurz ausladen hier. Ach, da. Ei, 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 ei. Glowstone. Guckt mal. Hier haben Glowstone-Staub getroppt. Letztens auch schon mal. Ich habe vier. Wir könnten noch einen Glowstone machen. Cool. Äh. Ähm, 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 ähm. Ich habe jetzt völlig die Übersicht, glaube ich, irgendwie so generell verloren. Über unsere Ziele, was wir noch machen wollten, was wir noch tun wollten. Und dann, ich werde jetzt erstmal die Aufnahme beenden. Werde mich sortieren. Wir haben ja jetzt hier unseren Zugang in den Nether, äh, wieder gelegt. Achso, ne, da hinten ist er. Äh, dann werde ich mir jetzt Gedanken machen, wie wir sinnvoll als nächstes irgendwie hoffentlich vorgehen. Und bis dahin, eure Trin.